Ich möchte gerne drei Beispiele für eine veränderte Lernkultur vorstellen. Veränderte Lernkultur bedeutet, dass sich das Lernen der Lehrenden auf der einen Seite und ganz genauso das Lehren der Lehrenden auf der anderen Seite verändert und dadurch eben eine andere Art von Lernprozessen entsteht. Als erstes Beispiel möchte ich gerne die Forscherzeit vorstellen. Die Forscherzeit ist vor allen Dingen ein Beispiel für eine veränderte Lernkultur, was man in der Grundschule machen kann. Und wie das funktioniert, ist eigentlich sehr, sehr schnell erklärt. Es geht darum, dass Lernende sich ein bestimmtes Thema wählen und dann zu diesem Thema all die Fragen aufschreiben, die für sie als Kind dann relevant sind und zu der sie gerne Antworten finden würden. Und danach geht es dann in den Recherche, in den Erarbeitungsprozess. Und das bedeutet eben, dass die Lernenden versuchen rauszufinden, wo könnten sie denn jetzt Antworten suchen. Und das bedeutet dann eben, dass sie online im Internet recherchieren, aber ganz genauso auch vielleicht den Materialien, die in der Schule vorrätig sind. Und am Ende ist dann so der dritte Schritt, dass diese Antworten, die sie recherchiert haben und dann auch in irgendeiner Form zusammengefasst haben, für Mitschülerinnen und Mitschüler präsentiert wird. Und man sieht an diesem Beispiel eben sehr schön, dass die Rollen quasi gedreht sind. Also wenn ich so klassisch davon ausgehen würde, also beispielsweise, das Kind sucht sich jetzt als Thema aus, der Frühling und was blüht denn da? Da würden wir uns klassisch in der Grundschule vorstellen, dass es natürlich die Aufgabe der Lehrkraft ist, das Thema Frühblüher einzuführen und zu zeigen, welche verschiedenen Blumen gibt es da? Wie kann man die beschriften? Was ist da dran wichtig? Und jetzt drehen wir das Ganze. Und das sind eben die Kinder, die Lernenden selbst, die sagen, mich interessiert, was ist denn das eigentlich für eine gelbe Blume, die ich da immer sehe? Und ab wann blüht die denn eigentlich? Und was muss ich vielleicht machen, damit in meinem Garten mehr solcher Blumen blühen? Also sie kommen einfach mit ihren eigenen Fragen und präsentieren das dann. Und die Rolle der Lehrenden ist dann viel eher dieses, die Schülerinnen und Schüler dabei zu begleiten, zum Beispiel zu unterstützen. Wo könntest du nachschlagen? Oder wo könntest du vielleicht auch ein kleines Experiment dazu machen? Wer könnte vielleicht sonst irgendwas wissen? Also von daher Forscherzeit als ein erstes Beispiel für eine veränderte Lernkultur, wo man sehr, sehr schön diese unterschiedlichen Rollen von Lehrenden und Lernenden sehen kann. Anknüpfend an das Beispiel von der Forscherzeit für die Grundschule kann man dann sich für die weiterführende Schule so ein bisschen ein ausgefeilteres Modell dieser Forscherzeit vorstellen. Das ist dann das zweite Beispiel und das fassen viele unter den Begriff Projektarbeit. Von der Anlage funktioniert das eigentlich ganz, ganz ähnlich, wie wir das bei der Forscherzeit gerade eben gehört haben. Auch hier ist es so, dass Lernende dazu ermutigt werden, sich ein eigenes Thema zu suchen und dazu dann ihre Fragen zu stellen. Aber der große Unterschied quasi zu der Forscherzeit in der Grundschule ist eben erstens, dass es auch über einen längeren Zeitraum angelegt ist, dass natürlich auch die Fragen ganz andere sind. Und wir kommen hier zu einer noch ein bisschen mehr veränderten Rolle von den Lehrenden rein, was so ein bisschen eine Art Kontrollverlust vielleicht am ehesten, wie man das bezeichnen kann, ist. Und Kontrollverlust deshalb, weil ich natürlich in der Grundschule noch davon ausgehen kann, dass ich als Lehrperson die Themen, die von den Kindern so eingeworfen werden, doch im Normalfall auch selbst überblicken kann und dazu auch ein relevantes Wissen irgendwie habe und dann auch im Endeffekt die Fragen, die die Kinder aufschreiben, mehr oder weniger auch einfach so beantworten könnte. Und bei der Projektarbeit kann es dann tatsächlich sehr oft dazu kommen, dass auch Themen gewählt werden, wozu ich als Lehrperson noch überhaupt gar nichts weiß und was für mich ein ganz, ganz neues Feld ist. Und da eben auch die Größe zu haben, trotzdem zu sagen, das hindert mich jetzt überhaupt gar nicht daran, diesen Lernprozess zu begleiten und die Lernenden in diesem Lernprozess zu unterstützen, auch wenn das inhaltliche Thema für mich ein ganz anderes ist. Also von dem her, Forscherzeit ist im Endeffekt nicht nur was für die Grundschule, sondern kann von der Anlage her durchaus auch weitergehen, auch in die weiterführende Schule und ist da dann eben zusätzlich ganz oft noch verbunden mit sowas, was wir jetzt als Kontrollverlust der Lehrperson bezeichnet haben. Als drittes Beispiel möchte ich gerne den sogenannten Makerspace vorstellen. Das klingt jetzt vielleicht erst wie sowas, das können wir an unserer Schule überhaupt gar nicht leisten, jetzt ein Makerspace zu haben. Also ein Ort, wo Schülerinnen und Schüler zusammenkommen können und gemeinsam Sachen erkunden und dann vor allen Dingen auch gestalten können, meistens dann eben auch mit in irgendeiner Form einer technischen Unterstützung. Aber man muss so ein Makerspace gar nicht so groß fassen oder man kann auch sagen, wenn man selbst an der Schule sowas nicht hat, kann man sowas vielleicht auch in der Kommune oder in der eigenen Stadt einfach besuchen gehen, also einen öffentlichen Makerspace nutzen. Das Wichtige, was wir uns jetzt hier angucken wollen an diesem dritten Beispiel, ist, dass da noch ein weiterer Bestandteil von einer veränderten Lehrendenrolle dazu kommt. Und da ist es bisher ja so, dass wir gesagt haben, die Lehrenden unterstützen und begleiten die Lernenden in ihren Lernprozessen. Und bei sowas wie Makerspace kommt eben noch zusätzlich mit dazu, dass ich als lehrende Person auch sagen kann, ich begleite und unterstütze nicht nur, während die Person was lernt und sich was erarbeitet, sondern gleichzeitig schaffe ich auch eine optimale Lernumgebung für die lernenden Personen, die sie dann nutzen kann, um ihren Lernprozess zu gestalten. Und eine super tolle Möglichkeit ist da eben der Makerspace, darum haben wir das auch als ein Beispiel genannt. Aber ich glaube, dass man da auch erstmal auch viel noch kleiner denken kann. Also sowas zu machen, man bezieht außerschulische Lernorte ein oder man stellt Experimentiermöglichkeiten in den naturwissenschaftlichen Fächern zur Verfügung. Also auch das sind ja dann so kleine Schritte dahin, dass ich eben meine Rolle als Lehrperson verstehe. Ich begleite und unterstütze nicht nur Lernprozesse, sondern gestalte auch die Lernumgebung.